ja hallo freunde schön dass ihr wieder da seid es gibt neuigkeiten zum thema minecraft dungeons und zwar gibt es ein neues minecraft dungeons intro und das schauen wir uns gleich an mein name ist nils historian wenn ihr informationen haben möchtet immer wieder mal zum thema hightail und zum thema minecraft dungeons dann abonniert bitte meinen kanal unterstützt mich da auch mal mit dem daumen nach oben und dann wenn ihr mich abonniert habt bekommt ihr immer informationen rund zum thema hightail und minecraft dungeons wer sich für die beta anmelden möchte minecraft dungeons der kann sich dieses video hier anschauen wie das mit dem anmelden der beta geht wer sich für hightail anmelden will für die beta kann dies auch tun mein letztes video hier geht über dieses thema für hightail gibt es aktuell noch kein datum wann die beta losgeht oder wann das spiel rauskommt minecraft dungeons ist für frühling 2020 geplant für die ps4 pc nintendo switch xbox one und für x game xbox game pass ich denke mal hier wird so november dezember wird wahrscheinlich die closed beta irgendwann losgehen denn wenn das ganze im februar märz rauskommen soll dann ist das hier momentan viel aktueller als hightail ja es ist ein minecraft dungeons cinematic trailer rausgekommen wir haben hier von baft.de eine info vom sechsten zehnten andre linken und der schreibt folgendes dazu mojang hat passend zur diesjährigen minecon einen neuen trailer zum action adventure minecraft dungeons veröffentlicht es handelt sich dabei um ein cinematic video das also keine gameplay szenen beinhaltet aber stimmungsvoll auf die grundlegende story des spiels einstimmen soll dabei kommen einige charaktere zum vorschein die man also sieht man bekommt monster und auch die kulissen um was es geht zu gesicht ein konkreter release termin für minecraft dungeons ist noch nicht in sicht aber wie gesagt frühjahr 2020 wenn es losgehen soll dann wird ja die beta auch demnächst starten müssen wenn der zeitplan eingehalten werden sollen ihr könnt auf minecraft punkt net slash de minus de slash gehen dann könnt ihr hier auf minecraft dungeons gehen könnt ihr runter rollen hier könnt ihr euch für die beta anmelden aber wie gesagt ich habe euch hier videos gemacht da erkläre ich euch wie ihr euch da genau anmeldet und wenn ihr da weiter runter geht dann habt ihr hier auch den neuen dungeons ansage video und intro das könnten uns jetzt hier anschauen wir schauen uns aber woanders an ja hier steht das mojang den passenden trailer zur diesjährigen minecon veröffentlicht hat und wir wollen erst mal gucken was ist die minecon ich habe euch hier auf minecraft.gamepedia.com mineconlive2019 mal eine info rausgesucht was ist die minecon ich hätte den ursprünglichen namen belassen nämlich minecraftcon also hier geht es um eine entsprechende veranstaltung hier haben wir es genauer die minecraft die minecraftcon ist also ein eine veranstaltung die jährlich rausgebracht wird ein convention von mojang wo eben immer wieder neue infos rausgehauen werden hier haben wir minecon das logo das schon etwas älter ist und hier werden immer wieder neue infos rausgebracht hier haben wir das logo von 2019 das war ein live stream am 28 september 2019 16 uhr wo das war konnte ich nicht rausfinden aber ich werde mir die videos in den nächsten tagen noch alle anschauen ja und auf diesen minecon da ist eben dieser trailer rausgekommen man hat sich ein paar bekannte youtuber oder gamer rausgesucht diesen mazoo mazoo tv marielle marielli gaming shelby grace shovel und scott kenne ich alle nicht sagt mir alles nichts aber das waren eben entsprechend eingeladene gamer oder hosts wie es hier so schön heißt co-hosts also co-moderatoren die diese show mit begleitet haben ich werde euch das wenn ich es nicht vergesse unten verlinken dann könnt ihr euch das anschauen die infos sind eher spärlich hier was da drin steht aber besser wie nichts gucken wir uns an wer ist david nishagen david nishagen ist ein exekutiv producer aus dem bereich minecraft dungeons er arbeitet hier für mojang und den werden wir gleich noch mal sehen ja der minecon live 2019 koop in minecraft dungeons das ist hier vom vierten zehnten also das ganze ist hier drei tage alt hat 4,4 4,14 millionen aufrufe also vier mil das ganze hat hier über vier millionen aufrufe und das schauen wir uns jetzt mal an das wird sicherlich spannend werden ja wir haben also hier ein live event das so schaut es hier aus wir haben ja einen host und hier haben wir dann david nishagen david nishagen stellt sich hier kurz vor das ist recht cool gemacht hinten also im bereich ist anscheinend auch ein publikum das wird dann live aus dem studio anscheinend gestreamt werden wir hier david nishagen und er stellt jetzt dieses video beziehungsweise das spiel vor nämlich minecraft dungeons er geht jetzt nicht so in die details rein ich weiß nicht warum spricht hier ein bisschen was minecraft dungeons ist nämlich dass es ein entsprechendes adventure game ist in dem gekämpft wird in dem hier eben versucht wird entsprechende williger zu befreien und jetzt schauen wir uns erstmal den neuen trailer hier an wir sehen hier also ich habe nicht genau herausgekriegt was mit ihm ist er will auf jeden fall zu flucht zum dorf suchen aus welchem grund auch immer diese aufnahme im dorf wird ihn verweigert und dann macht er sich auf den weg zur burg hier sehr sehr schön die spinnen wunderbar gemacht er öffnet dann dieses tor hier auch sehr schön und wenn man hier genau guckt ich gehe nochmal zurück dann seht ihr hier auch schon das hier sozusagen wächter stehen die es später dann auch entsprechend zum leben erfüllen kann auch sehr stimmungsvoll hier wie er die treppen hier rauf geht mit der fackel in der hand und hier ist er so zu sagen ja ich könnte jetzt sagen der dunkle kristall oder eben ein entsprechendes kristall element das verdorben ist wer das berührt der wird dann eben entsprechend auch verdorben das heißt böse okay hier lässt er sich dann krönen zum könig hat also dieses verlies oder diese unterirdische anlage entsprechend unterworfen und hier sieht man eben wie er jetzt angreift hier seine armee sehr schön und hier geht es dann schon mit diesen gewaltigen was immer das ist golems um das dorf entsprechend niederzumachen hier haben wir zwar helden tapfere helden die das ganze eher positiv sehen oder eher als möglichkeit sehen sich zu beweisen aber hier haben die helden keine chance dafür sind die dorfbewohner einfach nicht genügend ausgerüstet und aus der ferne hier sehen wir schon unsere helden und diese helden hier insgesamt bis zu vier die können natürlich dann jetzt versuchen die dorfbewohner die von diesen ja verdorbenen angreifern hier gefangen gehalten worden sind zu befreien die hier werden jetzt versuchen entsprechend die dorfbewohner zu befreien ja hier geht man da noch mal ein bisschen näher drauf ein gehe ich mal ein bisschen vor hier hier haben wir einen gamer wer das ist weiß ich nicht später kommt noch die marielle dazu schauen wir uns nachher nochmal an und die werden das jetzt einmal an spielen wir können also erste eindrücke sehen aus einem ja game ja hier heißt es also der caravan free free the villages also hier müssen wir fünf villages befreien warum das ganze ein bisschen zu hell ist weiß ich nicht mir kommt es ein bisschen hell vor und wir sehen hier also schon die helden in dem fall hier kämpfen sie sich erstmal durch das gelände man kann also hier auch die schafe hier besiegen dann geht man hier über die brücke kommt eine weitere brücke das sind jetzt in dem fall die zwei spiele die wir gerade gesehen haben so level up hier bisher haben wir noch keinen villager befreit wir müssen also auf der map erstmal durch die mobs uns durchkämpfen hier hat jemand tnt gefunden das sind die mobs das sind die entsprechenden dorfbewohler die verdorben worden sind hier ist tnt hoch gegangen hier gab es einen trank versucht das mal ein bisschen langsamer hätte ich langsamer laufen lassen sollen so man kämpft sich hier weiter durch das finde ich auch sehr schön hier muss man sich jetzt hier so über diese ja weiß nicht wie man das sagen soll wird dieses gerüst hier rüber laufen wir haben hier ein lama dieses lama gibt entsprechende buffs also verstärkungs zauber oder entsprechende kurzweilige vorteile dieser zwei player player one player two sonst geht es weiter sie kämpfen sich wieder durch die mobs wir haben noch keine villages befreit erstmal durch den wald hier durch und weiter gegen die mobs kämpfen da waren bogen hier arrow bundle a small bundle of arrows pick mit a das ganze wird über die konsole hier gespielt und so langsam sind wir dann durch den wald durch überall sehr sehr viele mobs das ganze ist dynamisch gestaltet das heißt die mob zahl ist für zwei personen ausgerichtet wenngleich die dame noch dazu stößt in das spiel dann werden die mobs automatisch hier erweitert so dass eben dann die gegnerzahl für drei spieler angepasst wird der moderator fragt der wird nicht sagen ob man dann sozusagen wenn man mal schnell ins bad muss sich kurz ausloggen kann aus dem spiel sagt er ja wenn es sein muss kann man das machen da kann man mal kurz rausgehen und das spiel passt sich dann automatisch an man bekommt keine strafe wie zum beispiel bei csgo wenn man da rausgeht dann kriegt man ja gleich eine sperre das ist hier nicht der fall man kann also jederzeit das spiel verlassen und jederzeit auch wieder in das spiel reingehen so man kämpft sich hier durch die mobs durch jetzt wird es zeit dass wir mal den ersten villager hier treffen wir haben hier also das tor sehr schön gemacht die kleine lampe hier die leuchtenden pilze hier und jetzt sind wir hier anscheinend in einem area drin in einem bereich hier geht es nach rechts spinne hier sehen wir dann auch ein wie haben die das genannt piggy bank also ein kleines schweinchen was hier entsprechende loots bereithält sehr schön animiert macht mir richtig spaß dazu zu schauen ein schweinchen bank hier gibt es dann eben drops eine axt wolf armor das lama läuft immer mit swiftness strength war hier potions weiter geht's so player one player two jetzt kommt die dritte spielerin dazu der ist glaube ich von mojang der lacht nicht so viel aber der grinst immer müsste mal aufpassen die zwei die lächeln er sind halt youtuber so jetzt sind es drei spieler player one player two schau mal wo player drei bleibt confirm ah seht ihr player one player two player three lama das geht weiter und ihr werdet sehen automatisch wird der loot entsprechend angepasst und auch die anzahl der feinde so jetzt sind wir endlich im dorf drin wir haben immer noch keinen villagers befreit und hier sehen wir ihn jetzt auch ganz klar hier ist der erste der muss befreit werden und dann sehen wir hier auch rescue ah und schon ist er befreit ihr seht gleich zack ist er weg so man gehen hier geradeaus zur map da wäre auch noch was gewesen hier ist der zweite ja und der wird nicht befreit man kämpft sich hier durch ah hier ist jemand getötet worden er ist wiederbelebt worden also wenn man stirbt dann fällt man auch nicht raus ah jetzt werde er befreit jetzt werde er befreit wir haben hier auch villager 2 es geht weiter hier haben wir den dritten und man ist jetzt so im kampf drin dass man vergisst den zu befreien da könnte man nämlich dann hier runter gehen können und hätte dann hier weiter gehen können so geht man hier erstmal runter kämpft sich durch den mob man sieht auch hier sehr schön die sicheln das ist so eine art nahkämpfer das hier ein schwert ist schon so eine art ja kämpfer zu sein hier haben wir den dritten und jetzt merken sie hoppla da haben wir den vierten so und jetzt merken sie jetzt haben sie einen vergessen nämlich den hier oben ach sehr schön das zelt hier gefällt mir sehr schön auch die lampe hier sonst gehen sie nochmal hier rauf da war nochmal ein Apfel der gibt Heilung hier gibt es Pfeile ah jetzt wird er hier befreit New Objective Find The Exit wir haben unsere fünf Stück befreit jetzt geht es zum Ausgang und ihr seht so ein Spiel dauert aktuell auf der Stufe circa 5 Minuten das macht viel Spaß die Hosts also die Gastgeber verabschieden sich ja das war hier ein Gameplay sehr interessant war richtig cool muss ich mal gucken hier Minecon Live das werde ich mir später nochmal angucken ich wollte euch hier nochmal zeigen auf Twitter David Nishagen und wenn wir weiter runter gehen dann haben wir auch den einen Gamer hier nochmal MasuoTV und wenn wir da reingehen dann sehen wir hier MasuoTV mit 424.000 Follower da habe ich mich getäuscht ich habe gedacht er hat 4 Millionen aber 424.000 Follower ist auch sehr sehr viel und wir können ja auch mal auf YouTube gehen scheint also auch ein YouTuber zu sein eine Million Abonnenten schauen wir mal was der so macht hier 14.000 Aufrufe 32.000 67.000 Aufrufe macht also auch sehr erfolgreich Videos ja das war's soweit von meiner Seite aus ich habe euch den Minecraft Dungeons Cinematic Trailer gezeigt mit vielen vielen Infos rundherum wenn euch das ganze gefallen hat dann gibt mir einen Daumen nach oben abonniert meinen Kanal und bleibt mir treu und wir sehen uns im nächsten Video Euer Nils Ciao ganz oben bei euch sind ja noch Untertitelung des ZDF, 2020